tata tata herzlichen glückwunsch bitcoin beim all time high von 29.000 dollar angekommen wow geben wir gleich kurz darauf ein wir machen heute so wie alle anderen geben wir auch ein bisschen unseren senf dazu eine kurze only bitcoin analyse weil wir korrigieren und natürlich wollen wir alle wissen wie weit wohin und schauen deshalb einfach mal kurz rein aber davor möchte ich euch noch daran erinnern wir haben in zwei tagen zwei tagen unser webfree forum volume 2 in düsseldorf am 7.3 von 16 bis 22 uhr also wer nichts vor hat ja kauft noch ein ticket link durch in die video beschreibung und ihr wisst ja einfach crypto minus rockstraße.com und dann kommt ihr direkt natürlich auch auf das forum wer nichts zu tun hat am donnerstag nachmittag und mit dem bull run quasi der jetzt langsam startet ja fragen hat und informationen haben will kommt einfach nach düsseldorf so wir schauen aber mal was jeden pränen interessiert auf bitcoin ja herzlichen glückwunsch bitcoin bei hier 68.000 also 69.000 69.100 69.150 und 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 wurden an verschiedenen exchanges erreicht und wir sind hier nicht an einer exchange wir sind hier im bitcoin index ja den smiley habe ich mal hier oben hin gemacht weil ich freue mich natürlich auch wie jeder andere dass wir das all time high wieder erreicht haben und zack gab es gleich mal einen dämpfer schauen wir aber gleich drauf wir machen wie gesagt nur ein kurzes sonderanalyse update von bitcoin ja wir hatten hier unsere all time high hier oben bei 69.000 dollar ist natürlich dann abverkauft worden innerhalb von einem jahr merkt euch das ein jahr nach dem all time high ist meistens so der boden erreicht genau was ich euch zeigen wollte wir sind hier auf dem logarithmic chart und der die linien die linien die blauen linien hier von oben nach unten entschuldigt so ein bisschen ich habe bisschen stimme und ja die sind das halving auf jeden fall guck mal das halving gibt es ja schon eine weile ja also wir hatten hier das aller allererste halving hatten wir hier im jahr 2012 mittwoch 28. november 2012 hatten wir das erste halving was uns auffällt ist was mir jetzt eventuell auch haben könnten wir können hat immer noch mal vor dem halving korrigiert hier hatten wir eine korrektur drin ich gehe jetzt einfach mal kurz ein stückchen größer wollte es so zeigen das heißt wir hatten hier relativ bei 14 dollar hatten wir eine starke korrektur drin genauso wie hier und hatten auf jeden fall hier noch mal die im a200 tageslinie beim bitcoin chart angetestet und da waren wir auch hier so bei 15 dollar auch so kurz vorm 31 dollar all time high von damals von 2011 so also kurz vorm halving auf jeden fall der kurs noch mal massiv korrigiert auf die im a200 tageslinie das ist die gelbe wir schauen weiter bitcoin geht nach dem halving im jahre 2012 steigt der kurs richtig gut anläuft ein bisschen seitwärts und dann gibt es kein halb mehr dann pumpt und pumpt und pumpt ihr seht von hier von 13 dollar 50 60 70 also wir gehen haben massives run up nach oben ja mit einer richtigen parabolischen kerze oder ja der kurs geht einfach parabol nach oben richtig wird immer steiler heißt das so dann hatten wir hier 253 dollar dann ging der kurs natürlich wieder runter wurde abverkauft ein bisschen und dann ging es wieder hoch 1100 oder 1200 war es damals haben viele so gesagt 1200 der index hängt so ein bisschen hinterher genau dann kam so ein bisschen der bärenmarkt und dann ging alles wieder runter 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 und dann hatten wir hier den boden erreicht wo erst das ding was ich euch zeigen will seit dem all time high bis wir den boden erreicht haben hier genau hier ungefähr ja das ist fast also mit 87 prozent 412 balken müssen 412 tage also ein bisschen mehr wie ein jahr und nach dem jahr ging es wieder aufwärts nächstes szenario 2016 genau dasselbe bitcoin pumpt nicht ganz aus all time high hier von 1200 sondern auch 783 wieder starke anstieg hier und was passiert ihr seht selber boom wir haben eine korrektur auf die ema 200 tageslinie und die moving average 200 tageslinie das die rote linie hier noch mal runter auf 500 dollar pro bitcoin hast schön wär's von 700 auf jeden fall noch mal runter und das natürlich auch so kurz vor dem halbigen hier waren es jetzt sage ich mal guck mal einfach wie viele tage hier es waren 36 tage bis zum halbigen ging der kurs noch mal runter auf die ema 200 tageslinie und die moving average 200 tageslinie hier so wir gehen weiter wir gehen natürlich nach oben ganz klar wir kommen in das jahr das jeder wahrscheinlich die meisten von uns miterlebt haben und zwar hier auf 20.000 dollar 19.850 20.000 je nach exchange immer wieder ein bisschen unterschiedlich so auch hier hatten wir den tiefst punkt ich möchte dass ihr das versteht tiefst punkt 364 balken minus 83 prozent knapp ein jahr also genau ein jahr war der bodenboden bekommen erreicht ein jahr nach dem halbigen war vorher auch so nur ein bisschen mehr okay also wiederholt sich so was hatten wir jetzt natürlich hatten wir den corona dump ist ja ganz klar hier kam corona keine wusste was passiert alle haben ihr geld verkauft ja genau ihr geld verkauft ihre coins verkauft weil nicht jeder wusste hat er seinen job erhalten und 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 das war aber ein black swan event ein unvorhersehbares event wo alles noch mal in keller gegangen ist aber nicht tiefer als das hier also war das nicht der boden sondern davor was passiert natürlich halbing hier am deutschstag 5. november 2020 bitcoin geht natürlich massiv unter die moving average 200 tageslinien aber dann haben wir natürlich trotz corona krise und wirtschaftskrise und was weiß ich alles ging der kurs nach oben bitcoin hat das nicht interessiert die leute haben investiert alles was da war dann hatten wir hier noch mal ein szenario was nicht ganz hinhaut aber wir hatten hier auf jeden fall noch mal die im a200 tageslinie kurz drüber angetestet bei 9.916 dollar sind aber nicht reingewickt ja aber genau das gleiche wieder massiver abverkauf also was heißt massiv in dem augenblick waren es ja dann schon von wieder 12.000 dollar runter auf 9 das sind ein jahr sind 20 prozent gewesen und dann haben wir natürlich so kurz vor dem halving wir gucken mal wie lange das halben dann ist waren wir hier so bei 62 tage also was möchte ich sagen ganz klar wir haben immer vor einem bull run das halving ganz klar das weiß jeder und immer vor dem halving ein abverkauf oder eine korrektur so dann gehen wir hoch erst auf 64.000 dollar dann auf 69.000 dollar also 64.000 dollar deswegen erster dämpfer 69.000 dollar deswegen aktuelle korrektur so dann genau das gleiche spiel wieder all time high runter bis zum boden 375 balken heißt 375 tage also wieder ein jahr das heißt wenn wir das all time high erreicht haben kommt der boden von bitcoin ein jahr nach dem all time high merkt euch das für die zukunft für die nächsten jahre quasi und jetzt stehen wir aktuell so 44 tage vor dem halving und was passiert wir können korrigiert so die frage nur wohin und das schauen wir uns jetzt an was aktuell passiert wir dampen nämlich massiv massiv das ist genau das worauf alle schon gewartet haben und ihr wollt jetzt natürlich wissen was passiert wie weit runter kommen wir und 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 wir gehen einfach mal den verlauf durch wir gucken jetzt mal an wir bleiben mal im tageschart wie gesagt wir haben noch 44 tage bis zum halving also ab heute 44 tage das ist das hier ok 44 tage haben wir noch ab heute also haben wir noch zeit für eine korrektur und natürlich für niedrige einkaufspreise was ist die ganze zeit passiert ein jahr nach dem all time high also hier unten im november 2022 ging es für bitcoin stetig nach oben nach unten nach oben nach oben nach oben nach oben nach oben nach oben zack parabolische kerze sehr stark ansteigend immer steiler werden und genau eigentlich hatten hier schon bei 48.000 dollar manche gedacht oh jetzt kommt einfach noch mal ja die korrektur aber die blieb natürlich aus aber ihr seht auf jeden fall wir haben diese grüne linie diese grüne linie hier als starken support starke unterstützung diese rote linie hier fungiert aktuell auch als support jetzt ist die frage ist das ein fake out kommt der kurs noch mal hier zurück ja und geht dann wieder weiter nach oben das ist jetzt die frage die eigentlich jeder wissen will beziehungsweise haben wir noch mal so einen massiven dampf so einen massiven abverkauf dass wir doch noch mal die moving edge 200 tageslinien und im a200 tageslinien testen die sind nämlich hier unten im a200 tageslinie 40.800 moving average 200 tageslinie 37.000 das heißt wir müssen jetzt aufpassen ob wir eine korrektur von keine 20 prozent sondern 40 prozent oder mehr sehen wahrscheinlichkeiten sind immer da dass wir noch mal vor dem halving relativ schnell das müsste aber echt zügig gehen oder vielleicht im halving auch noch mal stückchen runter und dann erst wieder hoch gehen 44 prozent runter gehen könnten das ist niemals garantiert das weiß keiner ob dieses eintritt ich habe euch mit dem vorigen chart quasi sagen wollen dass es immer passiert ist dass wir kurz vor diesen linien oder auf diesen linien auf jeden fall mal die im a200 tageslinie angetestet haben wie gesagt die liegt aktuell bei 40.700 dollar 40.700 dollar das wäre eine eine korrektur von 40 prozent viele analysten rechnen damit wollen das haben dass sie noch mal billig nachkaufen können und 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 wir sind aktuell bei einem preis von 62.300 dollar das heißt der die unterstützung bei 62.250 dollar hält aktuell warum kommen wir gerade nicht weiter runter ich zeige es gleich wie gesagt das ding soll eigentlich gar nicht so lang werden wir haben die moving average 50 tageslinien liegt bei 48.000 auch die könnten wir antesten genauso wie vor den halvings auf den anderen jahren davor aber wir sagen natürlich auch immer wir sollen keine kurssprünge oder keine kursziele aufhand von vergangenen daten machen aber es ist nach wie vor so nach gewesen dass wir immer mal wieder verschiedene linien antesten so wir hatten ja hier quasi dieses dreieck das erst mal ein fake out seitlich gemacht hat und dann stark massiv angestiegen ist wir seht die wir sind vier stunden start ihr seht die stunden kerzen die vier stunden kerzen sehr sehr krass so und was hat was was ist jetzt passiert es war eigentlich schon fast klar dass wir bei 64.000 das war das erste alter mal vom letzten buren ja einmal dämpfer kriegen haben wir gekriegt der dämpfer war jetzt nicht so riesengroß muss ich ganz ehrlich sagen ja da ging es ein bisschen seitlich da kam es wochenende und dann war es langweilig und dann tag 69.000 dollar nicht ganz erreicht gestern aber heute diese kerze sagt 69.000 dollar wir gehen auf die kerze drauf und gucken mal high steht hier oben high 69.000 spot binance btc spot binance so was ist jetzt passiert natürlich nehmen die leute gewinnen natürlich nehmen eventuell die leute gewinnen die hier oben eingekauft haben ja 2000 schieß mich blau im letzten bullrun auf jeden fall die hier oben eingekauft haben die nehmen wenn du jetzt gewinnen dass wir daraus sind auf 0 auf 0 raus sind und warten auf die tiefere kurse dass er vielleicht noch mal neu nachkaufen können was passiert wir haben hier diese grüne linie ist die moving ash 50 linie in vier stunden chart genauso also die haben jetzt angetestet und aktuell sind wir sogar noch mal runter ihr seht hier auf 59.400 dollar das heißt jetzt nicht weil der kurs jetzt wieder steigt dass wir gleich wieder hoch gehen also definitiv wir müssen jetzt gucken ob im vier stunden chart wir müssen darauf achten ob diese unterstützung bei der moving average 50 stunden die 50 linie im vier stunden chart hält wenn der kurs hier runter bricht nochmal und die von unten an testet dann gehen wir weiter runter dann gehen wir vielleicht runter 54 53 52 dann gehen wir vielleicht nochmal auf die EMA 200 linie 4 stunden chart die liegt hier bei 53 54 oder auf die moving average 200 linie 4 stunden chart die liegt aktuell bei 51.000 genau dann hatten wir die rote linie hier oben habe ich euch gezeigt das ist die alte widerstandslinie die jetzt aktuell auch als unterstützung gilt ok das heißt wir könnten natürlich in diesem bereich der vier stunden 4 stunden moving average 200 linien noch mal eintauchen bevor es nochmal wieder richtig nach oben geht und auf jeden fall auch das halving kommt das halving kommt im april also wir haben auf jeden fall noch ein bisschen zeit noch mal eine ordentliche korrektur hinzulegen und ihr seht hier ich möchte wie gesagt nicht lange drum herum reden ihr seht hier wir haben unterstützung 58 9 aktuell starke unterstützung moving average 50 linie im vier stunden chart das heißt achtet auf die linien ihr seht hier ich mache die maus weg macht euch ein screenshot sonstiges ich poste es natürlich auch immer jeden tag in unsere kryptonauten app und könnt ihr gucken wie weit wir sind also das soll es mal gewesen sein kurzes marktupdate von bitcoin in zwei tagen ist das krypto rockstars forum volume 2 kommt vorbei und habt spaß und dann wünsche ich euch noch einen schönen abend ciao